Hallo und herzlich willkommen Ladies and Gentlemen zu einer weiteren muy saftigen Episode Let's Play Sons of the Forest. In der letzten Episode haben wir angefangen unser Lager endlich mal einzurichten, damit wir in der Mitte von unserer Base ein bisschen Platz haben. Wie das Ganze aussieht nach dem Intro, viel Spaß. Hallo Frau, denn da sind wir wieder. Und na klar, Lidl ist mit am Start. Hallo. Hallo. Ja, was machen wir? Lagerweite und so, ne? Mhm. Hab ich hier... Den Dinger back dich bitte nicht fest. Ah, ich hab noch einen Nomnom da. Das ist natürlich vortraghaft. Wahrscheinlich nicht mehr so, ne? Ja, dann bereite dir Nomnom noch vor. Ne, ne, ich hab eh schon was gegessen, also alles gut. Alles gut, sagst du. Okay. Ja, ja, alles super. Perfekt. Ja, ich bin... Full, let's go. Wie schaut das denn hier aus? Ja, unsere Verteidigung nimmt ja langsam wirklich Form und Farbe hier an, ne? Das ist doch schon muy saftig. Ja, also das ist jetzt schon mal komplett fertig. Ja, das heißt, im Wesentlichen haben wir unsere Ruhe. Alpha Kevin, na du fetter Wichser. Was geht? Ich hab dich überhaupt nicht vermisst, so in der Aufnahmepause hier. So, hol. Was brauchen wir als am ehesten? Stämme brauchen wir. Mhm. Befüll bitte die Behälter. Schaffst du. Wir glauben an dich. Ähm, so. Eigentlich nicht, aber ja. So. Wir brauchen nämlich jetzt das Holz, um hier die Etage fertig zu kriegen. Hier ist ja schon unser Steinlager, Stocklager, Nomnomlager. Alles so super leer hier. Das einzige, was wir gerade in Überfluss haben, sind Knochen. Wenn du Bock hast, kannst du ja, äh, Dings craften hier. Rüstungsteile oder so, keine Ahnung. Oder du kannst mal gucken, ob du noch genug Pfeile hast und so einen Scheiß. Ähm, ich könnte theoretisch ja nochmal Schulen und Steine, dass es wenigstens mal aufgefüllt ist. Hatten wir hier nicht noch ein Steinlager? Ah. Ja, hatten wir. Im ursprünglichen Sinne hatten wir das. Das habe ich ja voll verdrängt. Ich hatte nämlich einen Absturz und dann hatten wir gar keinen Bock mehr. Fällt mir gerade wieder ein. Hier unten waren noch, äh, Steinlager. Fuck. Ah, ja. Hast du Lust, da du jetzt gerade eh warten musst, bis Alpha Kevin da mit dem Scheiß aufkreuzt, hast du gerade zufällig Lust, hier welche hinzubauen? Hm, ja, klar. So bündig hier ran, so drei in die Richtung und dann hier insgesamt sind es dann sechs. Dass dieser Scheiß hier, der einmal hier so rumsteht, dass der wegkommt quasi. Also du meinst jetzt hier, also da eins und da eins, drei Stück. Ja, genau. Hier in der Mitte einfach den Weg überlassen. Mhm, alles klar. Cool. Dann hole ich unterdessen einmal Holz. Das habe ich ja voll verdrängt. Das war ja, ich hatte ja einen Spielabsturz. Dadurch ist, äh, fast eine komplette Episode gone. Die war weg. Also, das war ein bisschen ärgerlich, weil wir waren ein bisschen weiter. Also, das ist, äh, ärgerlich jetzt. Naja, gut. So, aber wenigstens was zu tun. Da wir ja sonst unter chronischer Langeweile leiden hier. Klar, kennst du doch. Ja, ja. Schäfen wir uns am Alpha Kevin des Vertrauens. Alpha Kevin des Vertrauens. Wenn es mit dem Stock zu knapp wird, ne? Dann gib ihm ruhig den Auftrag, dass er Stock holt. Mhm. Mach ich. Ola, du sammelst halt selber. Ah, kacke. Was denn? Da du das gerade gesagt hast, von wegen, dass es sein kann, äh, wegen... Weil wir dann neu connected sind und du ja gar keinen Bock mehr hattest. Ich hatte wirklich keinen Bock mehr. Aber wir hatten vorher gespeichert. Nein. Wieso? Das ist ein Game ist aus. Hä? Ein Game ist aus. Warum auch immer. Okay. Also, ich bin noch da. Ja, ich seh dich da hinten ganz, ganz weit weg auf der Stelle rumstehen. Ja, dann connect er einfach neu. Alles gut. Auf einmal ist mein Game weg. Ja. Game sagt nö. Es kommt ja geil, wenn man so ein bisschen wenig Zeit hat. Das Ding ist, ähm, wenn ihr ja die Aufnahme am Tag der Veröffentlichung seht. Wir haben das gestern aufgenommen, ja? Nach meiner Arbeit. Nach meiner regulären. Weil wegen, äh... Ja, Zeitdruck und so. Weil die Frau ja auch hart im Prüfungsstress ist und so ein Scheiß. Ja. Aber da muss man dann schon gucken, dass man alles so ein bisschen unter einem Hut, ja, Hut bekommt. Gerade da die Frau ja in zwei Projekten dabei ist. Gott sei Dank nimmt sie es sonst aus der Forest nicht mit auf. Oh je. Sonst wäre ich nämlich am Arsch. Weil ihr Internet ist sowas von Kacke. Ähm, auf jeden Fall, was sie sagen wollte, ist die Verteidigung. Ich hatte doch an dem Eingang, hatte ich noch, ähm, welche hingestellt. Die sind natürlich jetzt auch weg. Achso, ja. Dann check das mal gegen und dann machst du das halt als erstes. Ja. Die Steinlager sind gar nicht so krass wichtig. Ah, ich bin wieder da. Perfekt. So, ich ging aber jetzt zügig. Immerhin. Ja, zum Glück. Ähm, so. Jetzt muss ich kurz gucken. Ähm, ah ja, genau. Hier oben drauf hatte ich noch welche und da. Ja gut, das ist nicht viel. Das war ja wirklich nicht mehr viel, ne. Ne. Aber gut, dass du dann gedacht hast. Ich hätte das jetzt komplett vergessen. Ja, ich habe das gesehen deswegen. Es wäre mir dann aufgefallen, äh, als ich, wenn die mir die Palisade bauen. Da wäre es mir aufgefallen. Und das dauert noch ein bisschen. Ja, ich habe doch da, beim Eingang habe ich noch eine zweite Reihe hier hochgebaut gehabt. Die, äh, ist natürlich weg gewesen jetzt. So, fange ich jetzt an. Ähm. Ähm. Ja, das Spiel ist ab und zu relativ instabil. Es ist mir aber auch schon öfters aufgefallen. Jedes Mal, zum Beispiel, wenn wir mit der Karre fahren, habe ich irgendwie einen Flimmern drin und so. Obwohl meine Hardware on top ist. Äh, meine Hardware gehört auf jeden Fall ganz weit vorne von den Sachen, die man gerade aktuell für Geld kaufen kann. Also, äh, schwierig. Einziges Manko, was ich habe, es kann natürlich auch daran liegen, ist mein Monitor. Bei der halt nur seine 60 Hertz das schafft. dementsprechend auch nicht groß FPS und so. Obwohl ich Faust-Sink-Aus habe und so weiter. Hm, ich glaube ja weniger, dass es an dein, ähm, an deinem Monitor liegt, weil ich hab's ja auch. Ja, aber du hast nicht so eine Last-Klark-Hardware. Ja, meine müsste bei Suns of the Forest ganz schön krass, äh, abgrinsen. Hm, kann sein. Ja, aktuell zumindest, ne. Meine Rechner ist jetzt nicht zugemüllt. Was ja so eher gang und gäbe bei alten Rechnern ist. So, wenn du den nicht aufräumst oder sowas, dann hat er Zeit, sie ist ja einfach krass zugemüllt mit Daten und Zeug. Und das macht natürlich, äh, alles ein bisschen langsamer, ne, aber... Ja, keine Ahnung. Ich räume mal kurz hier auf. Stimmt, ich glaube, das Dach war auch fertig, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Es ist natürlich alles ein bisschen, äh, Penis. Scheiße, ey. Spielabsturz, I don't like this shit. Äh. Ja, das hätt's jetzt ruhig sein lassen können. Das kann Alpha Kevin machen. Ja, ja, schon klar, aber ich brauchte da den Platz, deswegen... Die niedere Arbeit ist noch was für Kevin. Achso, okay. Weil, wenn da der Stock liegt, äh, der Stamm liegt und so weiter, kann ich ja da keinen Stock pläsen. Ja, ja, nee, alles gut. Damit ich da draufkomme. Aber diese niedere Arbeit, wie ich's gerne nenne, das ist Alpha Kevins Sache. Auch wenn der halt ein bisschen länger braucht, der Typ ist halt, ja. Einfach mager. Achso, äh, noch mal so ein bisschen auf die letzten Kommentare eingehend. Ähm, ich habe gelesen, äh, warum gibst du Kevin keine Waffe? Aus zwei Gründen. Erstens, es geht nicht. Es geht halt wirklich nicht. Das, äh, ist noch eine Option, die für Virginia da ist. Und Punkt zwei ist, ich würde dem Typen nicht mal, wenn ich's könnte, eine Wasserpistole in der Hand drücken. Der würde es doch schaffen, sich selber abzuknallen, weil der strunzt so doof, einfach. Stimmt, wir hatten hier oben auch schon angefangen, oh, nein. Es war nicht viel, aber wir hatten hier schon oben angefangen mit Stein zu arbeiten, diese Umrandung. Ja, stimmt. Shit, ey. Ja, so war das. Ja. Gut. Ich meine, das war jetzt nicht krass viel, aber... Oh, wir haben Besuch. Ich erinnere mich wieder. Ja, lass doch. Ja, wollte... Ich bin gerade noch so eingefallen. Also, so aufgefahren. Ja, ich, äh, genieße hier oben gerade die Schaue, die liegen alle. Tja, dann. Cool. Tja, cool. Na dann. Was ist los mit euch? Ja, dann kommt doch rein, Mensch. Wir haben Kaffee und Kuchen. Let's go. Wann haben wir Kaffee und Kuchen? Ja, ich muss sie doch locken. Und wir haben den Alpha, Kevin. Komm drüber. Ey, wir haben Kekse. Da steht einer, äh... Ah, jetzt hat er es verkackt. Ah, gut. Leute, wir haben Kekse. Komm vorbei. Ja, die freuen sich gerade richtig. Ja, die liegen alle. Ja, so viel zum Thema. Wir haben Besuch. Ich bin gerade ein bisschen mit der Qualität unseres Besuchs nicht einverstanden. Okay. Gar nicht übertrieben. Oh, der eine steht wieder auf. Geil, du bist unser Stehaufmännchen. Herzlichen Glückwunsch. Und nochmal eine neue Runde für den Meister. Und da liegt er immer noch nicht. Aber ich glaube, der hat ein Ärmchen verloren. Ja, der ist hin. Okay. Next. Oh, da steht noch einer auf. Jawoll. Möchtest du ein bisschen trauern um deine Leute? Nee? Willst du... Oho. Respekt. Gut. Da wollen wir mal gucken, ob sie ein bisschen Blut dabei hatten, oder? Die kleinen Fettsäcke. Wie, nee. Kevin? Doch. Aua, scheiße. Unsere Spikewall ist ja wirklich gut. Ja, ich bin auch schon dagegen gelaufen. Aber ich habe hier wieder mal keinen Snappoint. Hallo, Arschis. Habt ihr Portemonnaies mitgehabt? Oder so? Nee? Ja, Portemonnaie. Ja, Portemonnaie. Ah, lol. Warum sind denn hier keine Steine drauf? Hör, hab ich die vergessen? Lol, der eine hat hier an der Spikewall sein Köpfchen verloren. Hahaha. Äh, ich meine, das ist natürlich voll traurig. Und der andere auch. Hahaha. Ähm, schade. Darüber lachen ist schon sehr sadistisch. Ja, klar. Lachen nix gut diese. Ja, die sind jetzt ja leider draufgegangen, ne? Es tut mir schon fast ein bisschen leid. Nein, eigentlich nicht. Du musst weinen. Ja, ich auch vor Freude, weil einfach die Spikewall sich lohnt. Die Mühe hat sich einfach gelohnt. Hallo, Frau. Hallo. Hey, ich habe da voll vergessen, bei dem einen irgendwie die Steine draufzulegen. Warum? Weiß ich nicht. Aber wir... Da sind auf einmal keine Steine mehr. Hey, ich habe das doch gemacht. Ich habe keine... Wo sind die hin? Ich habe keine Ahnung. Mach sie doch einfach jetzt drauf und dann ist gut. Ich bin mir nicht verarscht. Klassiker. Aber ich finde das ganz angenehm gerade wirklich, dass die Verteidigung, äh, soweit funktioniert. Das heißt, wir können hier relativ ungestört arbeiten. Und das ist Sinn und Zweck der Übung. Für die Optik kommt dann irgendwann noch eine Palisade dahin, aber das eilt nicht. So wie auf der anderen Seite drüben, weißt du? Mhm. Mit Türmchen und so. Dann sieht das hier richtig saftig aus. Ich habe bei dem einen Spike, habe ich keinen Snappoint. Mal wieder. Ja, musst du manuell arbeiten. Ich meinte, um die Steine da draußen zu ballern. Ja, wo bist denn du? Ich sehe dich nicht. Da hinten. Hier vorne. Äh, dann, äh, versuch das einfach manuell. Wie soll ich denn die Steine manuell dahin ballern? Versuch es einfach. Du hast ja den Steinen in der Hand, oder? Ja, ja. Ab und zu sieht man einfach die Kreise nicht, aber es geht trotzdem. Wenn es nicht geht, dann macht er so eine Schlagenanimation. Ja. Und? Wie siehst du aus? Wo denn? Ah! Warte, ich habe einen Stein. Hast du? Okay. Ja, mir fehlt aber einen Stein. Einen Stein fehlt dir? Ach, so ein Ding ist das. Ja. Der Kluge unter den Steinen, sozusagen, ja? Ja, ja, klar. Okay, okay. Komm schon. Gib mir den Snipppoint. Alter Schwede, ja, das war alles fertig. Und da war ich so ein bisschen seitig. Es war sowieso schon spät in letzter Zeit. Nehmen wir mal Suns of the Forest irgendwie gegen Abend auf, ne? Ja. Weil wegen, äh, Prüfung von der Frau halt, und so weiter. Aber es hat nochmal Vorrang, ne? Ich habe auch schon gesagt, jetzt nehme ich halt mal eine Episode alleine auf. Da hat aber eine Frau auch herzlich wenig Bock drauf, weil sie hat ja auch selber Spaß dran, und das ist ja auch okay. Man kann ja nicht immer nur knechten. Das ist halt immer, das ist halt immer so die Sache, wenn man halt von morgens so um halb, halb zehn oder so anfängt zu lernen, bis abends 22 Uhr, und halt dazwischen zum Beispiel auch nicht so wirklich Pause macht. Ähm, ja. Muss man halt durch, sag ich immer so. True. Leben ist kein Wunschkonzert. Ne. Wenn man so schön sagt. Achso, ich kann ja schon mal wieder stecken. Dann haben wir den Bereich schon mal. Ach, hier kann ja auch noch Holz drauf. Oh, come on. Ja, ja, so ist das, Freunde. So ist das. Boah, ja, aber da war ich richtig seltsig. Ist aber auch nervig, wenn du irgendwie, weiß nicht, Arschlange in der Aufnahme hängst. Und dann stürzt das Spiel ab. Das ist für einen Arsch. Ja. Das ist richtig für einen Arsch. Ah, das ist schon zu viel, oder? Ne, ist genau die richtige Höhe. Perfekt. So, also drei Steinlager sind schon mal fertig. Du meintest jetzt auf der anderen Seite auch nochmal eine Drei? Ja, dann lass erst mal die Drei. Okay. So. Perfekt. Dann lagere ich jetzt hier die Steine um. Hä, welche Steine? Achso. Die großen, die hier stehen. Ja. Gut. Dann haben wir das soweit fertig. So. Eins, zwei, drei. Oh, ist das ätzend hier. Dass man halt nur drei von diesen Dingern hier transportieren kann, ne? Ja. Ja. Ja gut, aber es ergibt ja auch Sinn, ne? Also es wäre schon jetzt krass, irgendwie, wenn ich hier zehn Dinger dabei hätte. Wäre schon ein bisschen fern ab der Realität, irgendwie. Ja, selbst drei Steine, die so groß sind, sind schon ein bisschen sehr gefühlt im Gym gewesen sein, damit du die tragen kannst. Ich habe aber auch ein recht hohes Stärke-Level, also... Ja, ja, schon klar, aber ich meine jetzt in real life. Ach, brauchst du die gerade? Äh, ich verbaue die hier gerade oben. Achso. Ähm, kann ich das Stein da jetzt... Ja, kannst du entfernen und da unten dann hin placen. Wie denn? Mit C? Ja. Okay, jetzt ist kaputt. Dann... Aber die Stöcke liegen da. Frau bist du, oder? Ja, ja. Okay, ich dachte schon wieder dein Internet... Jo, alles gut, ist doch scheißegal. Ich dachte schon gerade dein... Game sagt wieder Schau. Nö. Was würde ich dir denn sagen? Dann sammle ich jetzt hier nochmal ein bisschen Steine ein. Virginia genießt hier die Aussicht. Okay. Wenn ich dir irgendwie helfen soll, sag Bescheid. Äh, du kannst die Säulen bauen. Da bin ich auch gerade bei. Okay. Ich gucke auch gerade nach Steinen, die hier einfach gerade so rumliegen. Okay. Oh, das wollte ich nicht. Oh. Du weißt, wie er... Das ist auch falsch. So. Genau. Die Virginia hat mir gerade einen Daumen nach oben gezeigt. Ach so, weil ich habe hier die... Mhm, gehabt. Warst du das jetzt, oder war Virginia das? Ich... Äh... Erst war Virginia das, und dann habe ich es gemacht. Also. Ich gehe mal wieder auf die andere Seite und schmeiße ein paar Steine rüber. Wie du möchtest. Ja, bei dieser Multiplikationsglitsch, der funktioniert leider nicht mehr. Dadurch ist das Steine sammeln ein bisschen zeitaufwendiger. Sagen wir es mal so. Ein bisschen vor allem. Aber mir macht Spaß. Ja, mir schützt es jetzt auch nicht so großartig. So, für die untere Ebene hätte es mich absolut abgenervt. Aber hier jetzt so... Ja, weil du halt da alles aus Stein gemacht hast, ja. Diese Scheiße hier geht noch klar. Ja, der untere Part mit dem Stein soll, äh, mehr Kraft symbolisieren. Da habe ich noch nicht gescheckt, dass ich, äh, Konstruktionenschaden deaktivieren kann. Ah. Okay. Und das sollte im Ursprung einfach ein bisschen mehr Bums aushalten können. So ein Ding ist das. Aber kommen wir doch wieder gut voran, Leute. Kommen wir doch wieder sehr, sehr gut voran. Und das ist, äh, ganz wichtig. Äh, den nehme ich mal gleich da mit rüber. Hier kommen dann die ganzen Holzlager hin, Freunde. Apropos, wo ist Kevin schon wieder? Der macht, glaube ich, gerade Holz, oder? Ja, der ist am Arsch der Welt, Mann. Äh, äh. Äh, bewegt sich gerade in unsere Richtung. Perfekt. Weil dann kriegt er nämlich gleich die Order von mir, einkaufen zu gehen. Wir brauchen Nomnom. Stimmt. Weil das ist komplett leer, das Ding. Und, äh, da habe ich hier gar keinen Bock drauf. Äh, Kevin? Weil da drin ist er wirklich OP. Das ist geil. Hol. Fisch. Umfüll bitte unsere Behälter auf. Dankeschön. Das ist sehr nett von Ihnen, Monsieur. Oh, geil. Flick, Flack, Uwe. Ja, ja, ich habe es gesehen, Kevin. Ich habe es gesehen. Ja. Gehst du mal bitte Fisch holen jetzt, Kevin? Ey, Flick, Flack, Uwe. Komm doch mal rüber jetzt. Ja, Flick, Flack, Uwe. Komm schon. Ja, Flick, Flack, dich da rüber. Oh, Flick, Flack, Uwe, hab verkackt. No. Er hat es nicht mal über den Eingang geschafft. So ein hässlicher Ficker. Cool. Hä, aber hier fehlt doch auch was, oder? Nee, alles gut. Ach so, bei der einen Seite, die, ähm. Ja. Ah, jetzt. Aber da müsste keine... Weiß ich nicht, wie ich es beschreiben soll. Ja, wir reden beide von der gleichen Seite, aber, äh. Nö. Können wir so lassen, ist scheißegal. Dürfte eigentlich nichts passieren, weil die ja tendenziell immer Richtung Lager rennen. Und nicht vom Lager weg. Also von daher ist es scheißegal. Und eine Spikewall können wir da eh nicht drauf klatschen, weil wir uns dann selber wieder anknuspern. Na, stimmt. Von daher, scheiß drauf. Alles gut. Okay. Kann man da mal der Optik wegen ein paar Holzstämme hinmachen oder irgendeine Scheiße, aber... Spikes selber brauchen wir da nicht. Ach, ähm. Ja. Ach du Scheiße. Ja. 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 Kevin packt sich da schon wieder fest irgendwie. Da hilft eigentlich im Zweifel aller Falle nur ein saftiger Headshot. Headshot, Beach. Kevin. Ah. Weil ich schwimmen gehe. Damit du dir nicht weh tust. Oder? Hol. Fisch. Behälter füllen. Einfach den Auftakt neu platzieren. Ja. Ist der dumm. Oh, Besuch. Ja, komm rein. Kevin zittert hier ein bisschen rum. Was ist hier los? Kevin, zitter nicht. Was ist denn los mit dir? Hast du nicht gerade getasert? Ja, doch. Aber warum zittert der? Lebt der noch? Ja, er lebt noch. Das ist dann nicht. Was? Zittern nicht, habe ich gesagt. Next. Das macht gerade voll Laune. Ich taser die einfach gerade ein bisschen. Hi. Toda, hast du nicht verhebt. Ja, komm doch, komm doch. Ha, sie, Pupsi. Oh, scheiße. Lol. Warst du das? Nee, Virginia. Hast du Aua? Na. Next. Noch irgendwas ohne Fahrschein? Nein. Oh. Ach. Komm, ist so ein Arschi da. Schafft das Eiskalt hier. Boah, ist das ein Auto. Okay, der andere haut ab. Alles da. Kevin. Ja. Ähm. Hol bitte. Fisch. Mach die Beta jetzt voll. Jetzt mal ernsthaft. Ich komme mir schon bescheuert vor, dass ich das jetzt dreimal sagen muss. Dankeschön. Irgendwo herkennst du den Anspruch. Ja. Ich komme mir da auch bescheuert vor, wenn ich Sachen wiederholen muss. Finde ich voll nervig. Das ist mir bewusst, ja. Alles gut. Ich habe doch gesagt, dass ich hier weiter baue. Lass mich raten, hast du gesagt, ne? Ja, ja. Habe ich. Ah, perfekt. Ei, 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 ei. Also, die haben jetzt schon Haarprobleme überhaupt hier wieder reinzukommen in die Base. Ah, ist doch gut so. Ja. Warum machst du denn nicht erst... Kevin, du bist so ein Arschkegner. Warum machst du denn nicht einfach mal eine Säule fertig und dann die nächste? Weil ich jetzt gleich eigentlich da einen draufsetzen wollte. Siehst du, und jetzt geht es wieder auf. Ich setze drei drauf und dann hast du schon wieder eine Säule fertig, weil einer über war. Logik. Ja, genau. Jetzt kommt die Frau mir mit Logik um die Ecke, weißt du? Jetzt geht es aber los hier. Was? Der Goldmasker hat gerade seine beiden Arme verloren. Ah, schade. Sollen wir ihm einem Ärmchen reichen? Entschuldigung. So, wo ist mein Fisch, Kevin? Aha. Läuft er jetzt immer nur mit einem Fisch los, der kleine Huren? Macht er sonst, glaube ich, auch. Wir brauchen noch zwei. Ich habe jetzt drei. Ja, wir müssen ja eh noch die Umrandung, glaube ich, hatten wir auch aus Stein. Ja. Umrandung noch aus Stein. Ja. Und der Rest wird dann wieder Holz und so ein Scheiß. Okay. Und dann haben wir es aber. Das ist jetzt sowieso einfach nur für die Optik und so ein Scheiß. Dann ist das doch schon fluffig. Gut, ihr Lieben. Aber es wird langsam dunkel hier im waldigen Wald und so. Würde ich sagen, Ladies and Gentlemen, sind wir höchst offiziell am Ende einer Episode angelangt. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, ihr habt doch mal eine positive Bewertung während Räumchen. Ganz wichtig. Videobeschreibung abchecken. Partner zum Gaming-Triebwerk und der Merch sind jeweils verlinkt. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit Öl. Und noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Macht's gut. Und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.